Ja, in zwei, drei Jahren, wenn wir es weiterspielen, sind wir in der Gym ins Licht, bin ich mir sicher. Dann spielen wir gegen Bayerlebkuchen, Herpes BSC Berlin, Tottenham Bremsspur, Hintern Mailand, Ständer Lüttich. Was, 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 ich komme nicht raus. Du kennst dich aus dem Fußball. Ja, wieviel Barschen hat denn da jetzt? 3.224!